Die Zehntenregel ist für Christen vorgeschrieben, Gott betonte die Notwendigkeit, dass die Israeliten ihren Zehnten bezahlen müssen, sobald sie das verheißene Land erreichen. Gott betonte die Notwendigkeit, dass die Israeliten ihren Zehnten bezahlen müssen, sobald sie das verheißene Land erreichen. Gott sagte, wenn du im dritten Jahr, dem Jahr des Zehnten, den ganzen Zehnten deiner Zunahme beiseite gelegt und ihn dem Leviten, dem Fremden, dem Weisen und der Witwe gegeben hast. Damit sie in deinen Toren essen und satt werden, dann sollst du vor dem Herrn, deinem Gott, sprechen, ich habe den heiligen Zehnten aus meinem Haus entfernt und habe ihn auch dem Leviten, dem Fremden, dem Weisen und der Witwe gegeben, gemäß allen deinen Geboten, die du mir geboten hast, ich habe deine Gebote nicht übertreten und sie nicht vergessen. Deuter Onomium 26, 12-13 Lektion Gott, der die Regel des Zehnten aufgestellt hat, wird seinen ungehorsamen Kindern jedoch nicht auf die Schulter klopfen. Diejenigen, die es versäumt haben, ihren Zehnten zu zahlen, gelten als durchgefallene Charaktertests und sie werden für ihre Taten einige Konsequenzen zu tragen haben. Einige Konsequenzen können einen verspäteten Segen oder den Verlust von Gelegenheiten beinhalten. Gläubige, die Gott mit ihrem Einkommen ehren, indem sie ihren Zehnten treu zahlen, werden jedoch mehr Segen von ihm erhalten. Jehova wird seinen treuen Gläubigen mehr Gründe geben, ihre treue Praxis beizubehalten. Das Gebet, lieber Gott, bitte hilf mir, das Prinzip der Zahlung meines Zehnten an dich treu zu befolgen. Genug davon, meinen eigenen Segen durch meine Untreue zu behindern. Bitte vergib mir mein früheres Versagen und lass mich anfangen, meinen Beitrag an dich zu zahlen, damit ich angemessen gesegnet werden kann. Bitte lassen Sie mir von allen Seiten Türen der Möglichkeiten offen und lassen Sie mich noch mehr gesegnet werden, damit ich Ihnen meine fetten Zehnten und Opfergaben überreichen kann. Möge das Zeugnis Ihrer Güte jemals meinem Mund füllen. Denn im Namen Jesu Christi stelle ich meine Bitten. Im Namen Jesu Christi erbitte ich.